Es ist eine Reklame für Hundefliege. Die Marke ist Croft & Barrel. Es ist die beste Fliege für Hunde. In die Neuigkeit, Hunde Kovata ist die schlimmste Oberhaupt. Kein oder Hundefliege wird gleichen. Hundefliege ist sehr unterhaltsam. Die Tatsache ist Hundefliege ist die beste. Sie können einen Hundefliege in einer Seitung sehen. Oder eine Seitschrift. Oder in einer Werbung an die Glotze. Der Werberspruch ist, wenn Ihr Hund es nicht trägt, es könnte genauso gut eine Katze mit Krawatte sein. Das Zierpublikum ist für Menschen mit coolhunden, nicht dummhunden. Rufen! Acht, sieben, sieben, fumm, 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 hundefliege! Untertitelung des ZDF, 2020